level hier oder egal wow ich krieg eine neue tiergestalt schattenherz bekommt drei zauber die alle scheiße sind also ich krieg jetzt den thylophosaurus natürlich wollen wir erreicht ja noch nicht ein zauberzweck nur einen neuen zauber ich weiß gar nicht welche ich habe und welche nicht ich kann mich jetzt in auch in so erd und so elementare verwandeln verbündete sind bei rettungswürfen gegen zauber die rettungswürfe erfordern automatisch im vorteil die dauer von zuständen ziele von zaubern welche rettungswürfe erfordern sind beim ersten rettungs zauber die in aktion kosten kosten stattdessen eine bonusaktion ja 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 jetzt hast du mich aus meinem level ab raus geholt recht ich wollte gucken ob ich das jetzt auch kann dass ich euch nicht treffe beim zaubern aber nein ja 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 ich nehme den wir halt nicht das war aber ein wilder traum irgendwas zu sagen ja die sagt noch was über den gedankenschinder mother superior sex ich muss die noch mal was spannendes zu erzählen bestimmt du na die Unconsequential to Zariel. Sure. I've got the engine. I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. Special, Tadpole. Not surprised you haven't tried it yourself yet. Thank the gods. Thank the gods. Okay. Wenn man jetzt zu Bett geht, ist man in Akt 3 auch beendet. Äh, Akt 2. Dann machen wir das das nächste Mal. Ja. Also das Ende von Akt 2 zieht sich noch ein bisschen. Wie, immer noch nicht? Also, doch. Wenn wir jetzt schlafen gehen, dann aber, ne, man denkt ja Mondaufgang, man muss nicht gehen, dann ist es vorbei, aber dann kommt da noch ein bisschen was. Ja, eigentlich denkt man halt 24 Mal, dass es jetzt vorbei sein müsste. Und da kommt immer noch ein Endgegner mehr. Ja, jetzt hat die Story ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Wenn wir ins nächste Gebiet ist was, das wird dir gefallen. Wieso? Wieder waldig? Nee. Das wird dir gefallen. Ich fand das cool. Okay. Aha, ich will die Einzelne aus, okay. Ich hab irgendwas geskillt, damit Leute, also damit ihr zum Beispiel bei, wenn ihr Rettungswürfe machen müsst, im Vorteil seid. Aber irgendwie weiß ich nicht, was das bedeutet. Dein Rettungswurf ist zwar gelungen, aber was heißt das? Weil Schaden kriegst du ja trotzdem. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ihr dann safe seid davor. Why? Ah! Hey, auf welcher Seite bist du denn? Ich hab keine Kontrolle über mich. Weil du brauchst noch viel gelangt, um mich zu töten. Ja, ich hab auch nicht den Zauberparat. Hast du dann bist du dann gegen alles immun? Ich weiß gar nicht. Weil gerade hab ich dir keinen Schaden gemacht, zweimal. Ach, du müsstest. Kann ich mich nicht mehr verwandeln. Ich wollte den Dino nochmal sehen. Schaff des Mondes! Au! Ach so, das ist die komische... Oh, ne Riesenmumel. Hallo, Murmel. Ich bin halt auch so dumm. Deine Zauber brauchen wir überhaupt gar nicht lange zum Casten. Wo ist wein? Ne, das stimmt. Ich hab eher wenig Casts-Zauber. Hast du mich gerade reingegriffen? Nö. Oh. Ha! Ausgehebend. Bin tot. Selbstmord begangen, bevor du mich tötest. Sehr gut. Guck mal, ich hebe dich sogar wieder auf. Nein! Oh, scheiße. Nein! Naja, offensichtlich ja doch. Jetzt hab ich gerne Zauber mehr. Ich würde gerne den Dino nochmal sehen. Das wird wohl warten müssen. Ich, äh... Ich bin abgelenkt. Nix. Geil. Also... Ich will es dir mehrere Sachen gleichzeitig geben. Nee. Immer nur eine Sache. Oh, okay. Ach, das ist ein Rippe-Ai-Gar-Nicht. Dann hättest du nie einen verstanden. Komisch, warum nur? Das weiß niemand. Ich mach dir irgendwie kein Damage. Weil die Rettungswürfe schafft. Was denn... Warte mal, was ist das denn? Göttliche... Alter! Das ist ja krass. Hab ich das hergehabt? Der hatte gerade einen Zauber mit göttlicher Intervention. Kannst du ein paar Sachen auswählen. Unter anderem... Bis zu 80 Schaden. Oh, krass. Und daneben war Heilung. Jetzt ist das aber weg. Ich weiß nicht, woher ich das hab. Nicht, dass wir nicht einbauen. Oder so. Warum springt das ja weiter? Auch, weil ihr Wasser liebt. Weil hier eine wässrige Oberfläche ist. Hab ich das gehabt? Ich kann meine Waffe in Wasser tauchen. Ja. Machst du halt Wasser schauen. Ich hab ein ghoul. Oh mein Gott. Der ist ein Zombie. Ah, ist das Gleiche. Der macht halt nichts. Ist tot. Ich auch. Der kriegt pro Runde damage. Jetzt hat er die Wut von Carla auf euch gehetzt. Nicht? Nein. 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 Okay. Gut. Zauber. gewinnt ja gut ich habe mir auch mit voller an jetzt beim nächsten mal irgendwann weiter ja ich denke mal du wirst ja morgen aus david spielen nicht doch ja eben aber vielleicht können wir samstag oder so ich weiß nicht mal ich muss gucken wann ich habe mich ob ich das spiel direkt wenn es also wenn es freigeschaltet wird oder nein möchte das nicht hier auch einem anderen gegen die rüste das weiß ich jetzt auch nicht wenn du das oder spiel und Kahlachmaren. Du hast mich umgebracht. Licht mach uns Licht. Letzte Suizidaktion jetzt. Wenn die Schämmer töten. Ich muss irgendwo runterspringen. Ich glaube, die kommen noch falsch an. Naja. Ja. Sie ist noch nicht tot. Ja, klar. Sie ist tot. Ja, da geht es mal weiter. Und dann gucken wir mal, wie es ausschaut. In den Tiefen. In den Tiefen. Zumindest schon mal Kapitel 3. Also ungefähr so sieht es aus. Nur nicht so. So ungefähr nur nicht so? Genau. Nee, ganz eindeutig jetzt. Ja, klar. Klar. Da habe ich Kartoffelbrei. Also komm uns auch hin. Er wird es noch schaffen, Hartz ihn rumzukriegen. Hm. Ich glaube nicht. Er wird nicht aufgeben. Nee, das nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe die Frage wahrscheinlich verkackt. Das kann sein. Wo sind eigentlich die anderen hin? Keine Ahnung. Irgendwie sind nur hier. Das machst du so in deinem Inventar. Dinger. Ich finde es gut, dass du die Gehirne auch mitgenommen hast. Ich habe den ganzen Verstand. Ich weiß nicht, ob die für irgendwas gut sind. Auch nicht. Ja, mal gucken. Gut. Gut. Vielleicht kann ich mich doch selbst umbringen. Ich stelle ich mal auf. Und das Feuer. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Kann uns weggehen. Cool. Ja, offensichtlich kann sich nicht selbst. Sehr enttäuschend. Wir sehen. Das ist ein komisches Spiel, in dem man sich nicht selbst umbringen kann. Aber merkwürdig, ne? Ja. Ja. Dann wird doch nichts mehr gegönnt. Nö. Wülschaden an der Feuer. Naja. Dann gucken wir mal weiter machen. Genau. Wollte auch mal irgendwann durch. Ja, das wäre sehr wünschenswert. Und dann wünsche ich einen schönen Abend. Vielen Dank. Ebenso. 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 Ebenso.